Ich habe jetzt eine riesige Aufnahme, eine riesige Faktor-Schar gebaut und ich habe hier die Faktor-Schar gebaut und ich habe hier die Faktor-Schar produziert. Und deswegen erstmal würde ich dann gucken, wie viel die werden produziert. Hier habe ich hier zwei Lichter und dann habe ich hier eine große Ston, die ist leer. Dann sind natürlich die Lichter auch alle leer. Und dann werde ich das hier für ein paar Minuten laufen lassen und zwar geht das jetzt bei der Aufnahme, die werde ich im Hintergrund behalten. Und jetzt bei 45 Sekunden werde ich hier ein Block platzieren und eine Minute laufen lassen. Jetzt bei 40 Sekunden soll ich hier eine Minute lang laufen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viele Blöcke da sozusagen die Farm-Proben-Müte produziert. Die daraus schon eine Stunde mehr drüber kann. Wenn wir jetzt am Anfang herwettbicken, erscheinen sehr viele zu sein. Ich werde das jetzt einfach mal in 45 Sekunden. Ich werde mal noch mit Wasser das jetzt schreiben. Also ich habe jetzt 45 Sekunden gerade mal laufen lassen. Die ist aufgesammelt, habe ich sehen, dass die jetzt auch. Da reinladen. Warum ist hier nichts drin? Da ist ein Hothand drin. Ich hoffe, man wird jetzt auch gesammelt. Das ist doch nicht so drin. Das ist doch nicht so drin. und die blöcke in 75 sekunden gekommen das sind 139 x 2018 10 bloß 1921 22 6 also 22 6 22 mal 64 sind 148 die luft sind gleich 1433 blöcke in 60 sekunden dann muss ich ja den ersten 3 teilen das sind 15 runden mal 4 1 min und dann noch mal jetzt ist eine minute einhause und das noch mal 60 114 1640 ich habe das haben produziert über 100.000 pro st eine heftige fahne über 100.000 blöcke pro stunde über 100.000 blöcke haben sich das ruf schon noch nicht habe ich zu kurz gewartet und das hatten wir gerade mal zwei jungen gedauert und das habe ich ja komplett voll also innerhalb von zwei jungen ist ein eventar voll das hat leider nicht funktioniert das hat man schon zu sagen warum das nicht funktioniert denn ich habe ja auch mal drüber platziert aber die haben die Schuhen die Schuhen weitergeleitet kocht da ist alles gefallen geht den Daumen nach oben und ein Abo wäre auch nicht schlecht und dann auch nicht mad